in diesem video möchte ich gerne die bundesliga prognose zum 14 spieltag vorstellen außerdem gibt es drei tipps von mir und ich verlose eine passive card in höhe von 50 euro bis gleich meine freunde sind wir fertig ich muss ganz kurz damit ich diesen scheißt ja noch überstehen eine sekunde meine lieben sportfreunde ich habe gerade noch gesagt bevor wir hier loslegen mit dieser bundesliga prognose unten in der video beschreibung da findet ihr einen watt einen link einen link zu 1x warte mal 1x bett was ist das hier ein pornoladen oder was ne buchmacher steht da ist ein buchmacher ist ein buchmacher ja ja ich weiß also unten findet ihr einen link zu 1x bett europas besten buchmacher mit was hat der quote beste quote keine steuer ja steuer zahl ich auch nicht da oben gebe keine steuer mein freund ja aber keine steuer und ja das reicht glaube ich gibt auch ein gutschein code 130 euro 100 prozent war das auch immer bedeutet ich denke mal das reicht für jetzt ne werbung fertig ne ja ok wir sehen uns gleich meine lieben sportfreunde beim gewinnspiel davor lasse ich aber die lusche david noch mal ran und ich sage was er da hier über diese bundesliga oder was das da ist denkt mal so gut meine freunde so meine lieben freunde denn nikolaus braucht jetzt erstmal eine kurze pause und wir machen uns an die auswertung des letzten spieltags dort habe ich drei wetten abgegeben wovon leider zwei falsch waren in zahlen ausgedrückt ein minus von 123,75 euro insgesamt bin ich aber in dieser bundesliga saison immer noch mit 1455,13 euro im plus soviel zur auswertung und jetzt fangen wir an mit der prognose zum kommenden spieltag am freitag treffen die verderaner auf die fortuna aus düsseldorf die bremer stecken aktuell in einer kleinen krise seit dem 2 zu 0 auswärts sieg gegen schalke ist den grünweißen auf dem platz nicht mehr viel geglückt lediglich ein mickriger punkt aus den letzten fünf spielen auch am letzten spieltag musste man sich zu hause gegen den rekordmeister aus münchen geschlagen geben die fortuna musste letzte woche nach zwei guten spielen wieder eine niederlage hinnehmen gegen mainz 05 verloren die düsseldorfer denkbar knapp mit 0 zu 1 dies hatte zur folge dass die jungs von trainer friedhelm funkel die rote laterne in der liga vom vfb stuttgart übernommen haben ich erwarte ein zähes spiel in dem sich der gastgeber knapp durchsetzt meine prognose ein 2 zu 0 für werder am samstag empfängt unter anderem leberkusen den klub aus augsburg bayern hat es am 13 spieltag verpasst die schwachen franken zu schlagen um den anschluss an das obere mittelfeld nicht zu verlieren zwar ging die werkself durch kai havertz verdient mit 1 zu 0 in führung am ende musste man sich aber mit der punkteteilung zufrieden geben bei augsburg sieht die situation dagegen etwas dramatischer aus nach drei niederlagen in folge und vier spielen ohne sieg hat der klub nur noch zwei punkte vorsprung auf den relegationsplatz am letzten spieltag konnte man trotz überlegenheit keine punkte aus stuttgart mitnehmen und steht gegen leverkusen unter druck obwohl man die augsburger nicht unterschätzen darf gehe ich hier von einem klaren sieg der werkself aus meine tendenz ein 3 zu 1 auch in der samstagskonferenz spielt der fc bayern münchen gegen den klub aus nürnberg die bayern haben es am letzten spieltag geschafft mit dem 2 zu 1 gegen bremen die negativserie von drei spielen ohne sieg zu durchbrechen mann des spiels und doppeltorschütze war ex-verderaner und nationalspieler serge gnabry der gegner am 14 spieltag sind die franken die konnten in der letzten woche etwas überraschend gegen leverkusen zu hause einen punkt holen georg mark reiter schoss in der 56 minute zum 1 zu 1 endstand auch wenn die nürnberger in den letzten wochen den ein oder anderen achtungserfolg feiern konnten in der allianz arena kann es nur einen sieger geben den amtierenden meister aus münchen ich prognostiziere ein lockeres 3 zu 0 für bayern zur gleichen zeit empfängt der sportclub aus freiburg die bullen aus leipzig bei den freiburgern läuft es aktuell suboptimal nach dem 1 zu 1 achtungserfolg in münchen verlor man zu hause mit 1 zu 3 gegen mainz und gegen bremen verspielte man einen sicher geglaubten sieg in der nachspielzeit auch in der letzten woche konnte man erwartungsgemäß gegen starke dortmunder nichts ausrichten und sich mit einem 0 zu 2 zufrieden geben bei leipzig sieht die welt etwas anders aus nachdem man gegen wolfsburg überraschend mit 0 zu 1 verloren hat konnte man in der letzten woche wieder positive schlagzeilen schreiben und die aktuelle nummer zwei der bundesliga gladbach mit 2 zu 0 schlagen auch wenn der sportclub zu hause nicht zu unterschätzen ist glaube ich dass die bullen in freiburg mit 2 zu 1 gewinnen werden ebenfalls um 15 30 kommt es zum großen revier derby zwischen schalke und borussia dortmund nach dem fatalen saison start haben sich die schalker wieder einigermaßen gefangen in der champions league sind sie ins achtelfinale eingezogen und in der bundesliga haben sie aus den letzten fünf spielen immerhin acht punkte geholt auch am 13 spiel tag holten die knappen ein zufriedenstellendes 1 zu 1 bei den starken sindsheimern der bvb ist hingegen weiterhin auf meisterschaftskurs dortmund schafft es auch in schweren spielen wie dem mauerspiel gegen freiburg sich die nötigen chancen zu erarbeiten um am ende siegreich vom platz zu gehen und das punktekonto weiter wachsen zu lassen in diesem spiel bin ich davon überzeugt dass beide mannschaften eine gute leistung abliefern werden mein tipp ein 2 zu 2 unentschieden so meine lieben sportverfreunde ihr habt hier gerade diesen hier diese lusche da diesen möchte gern profisport wetter gehört ihr könnt aber geld gewinnen dafür ist der nikolaus da 50 euro könnt ihr gewinnen wenn ihr das topspiel zwischen dortmund und schalke richtig tippt unten in die kommentare schreibt und eure euer ergebnis meine freunde und wenn das richtig ist dann wird unter diesen leuten die das alles richtig gemacht haben diese 50 euro pay safeguard verlost habe ich irgendwas vergessen alles richtig ne ich bin einfach bombentüpp alles klar ich bin wieder weg bis zum ende da bin ich noch mal gebucht und dann aber ist so gut ne bis gleich meine freunde das letzte spiel in der samstagskonferenz bestreiten die wölfe aus wolfsburg und die tsg aus hoffenheim die wölfe haben aktuell einen kleinen lauf so konnten sie vor zwei wochen die starken leipziger mit 1 zu 0 schlagen und in der letzten woche die siegesserie von frankfurt stoppen und mit dem 2 zu 1 auswärts sieg den zweiten dreier in folge holen auffällig hierbei das wolfsburg tatsächlich einen spielerischen fortschritt gemacht hat und die erfolge deswegen nicht von ungefähr kommen bei hoffenheim sieht es dagegen etwas anders aus zwar ist man in der bundesliga seit sechs spiel ungeschlagen trotzdem scheint bei den jungs der kräfte verschleiß langsam zum vorschein zu kommen in den letzten beiden spielen gab es gegen die härter und gegen schalke nur ein unentschieden und auch gegen die wölfe wird es nicht einfacher um die volle punktzahl zu holen ich glaube es wird mal wieder eine zeit für eine bundesliga niederlage der sinzheimer deswegen mein tipp ein 2 zu 1 heimerfolg für wolfsburg das top spiel am samstag findet im olympiastadion in berlin statt wo die härter die frankfurter eintracht empfängt die härter musste sieben spieltage darauf warten um wieder als sieger vom platz zu gehen nach dem überraschenden 2 zu 0 sieg gegen münchen gab es niederlagen und unentschieden am laufenden band diese serie konnte man letzte woche mit dem 2 zu 0 sieg in hannover beenden mit der leistung seiner mannschaft konnte trainer paul dadai durchaus zufrieden sein berlin hatte die partie gegen schwache 96er über die volle spielzeit im griff mit frankfurt kommt ein gegner ins olympiastadion der in den letzten wochen auf eine euphoriewelle geritten ist am letzten spieltag musste sich die eintracht allerdings mit 1 zu 2 gegen wolfsburg geschlagen geben dies war zugleich die erste niederlage seit dem 1 zu 3 gegen glattbach am 26 9 jetzt bleibt es abzuwarten wie die frankfurter auf diesen misserfolg reagieren ich bin davon überzeugt dass die adler das spiel gegen die wölfe in die tonne kloppen und in berlin wieder mit einem sieg vom platz gehen mein tipp ein knappes aber verdientes 2 zu 1 für frankfurt das erste sonntagsspiel führt uns nach mainz wo der fsv gegen hannover 96 spielt nach einem sehr guten saison start gab es für die mainzer im mittelteil der hinrunde eine lange durststrecke in dieser haben die mainzer nur zwei punkte aus sechs spielen geholt aktuell scheinen die mainzer aber wieder in der spur zu sein in den letzten vier spielen konnte der fsv drei siege einfahren und sich in der tabelle auf platz 10 verbessern in hannover sieht die welt nicht ganz so rosig aus bis auf das glückliche 2 zu 1 gegen wolfsburg hagelt es in den letzten spiel nur niederlagen so auch letzte woche zu hause gegen berlin neben den ergebnissen ist auch die art und weise wie das team spielt erschreckend kein wunder dass manager horst hält im doppelpass andré breitenreiter keine job garantie aussprechen wollte auch wenn ich grundsätzlich von den trainer fähigkeiten von breitenreiter überzeugt bin habe ich das gefühl dass er die mannschaft nicht mehr erreicht erscheint die verbindung zum team verloren zu haben und genauso präsentieren sich seine jungs auf dem platz komplett lust und motivationslos dies wird sich auch gegen mainz nicht ändern deswegen tippe ich auf ein lockeres 2 zu 0 für die narren das letzte spiel am 14 spieltag bestreiten die folien aus glattbach und der vfb stuttgart nach drei siegen in folge und tabellenplatz zwei mussten sich die folien am letzten spieltag in leipzig geschlagen geben auffällig in dieser saison ist gladbach konnte auswärts bislang nur zwei spiele gewinnen 3 zu 0 gegen münchen und 3 zu 1 gegen bremen anders sieht es vor heimischer kulisse aus im borussia park wurden die gegner reihenweise vom platz gefegt der vfb hat hingegen ganz andere probleme zwar konnte man aus den letzten drei spielen sechs punkte holen und somit die direkten abstiegs ränge vorübergehend verlassen spielerisch lässt die leistung aber weiterhin einiges zu wünschen übrig wie zum beispiel letzte woche beim 1 zu 0 gegen augsburg zwar hat man durch das tor von anastolius donis drei punkte einfahren können aber wenn man ehrlich ist das spiel hat über weite strecken der club gemacht umso erstaunlicher dass dieser nicht zum tor erfolg gekommen ist in diesem match gehe ich davon aus dass glattbach im borussia park der eigenen linie treu bleibt und auch die stuttgarter mit 3 zu 0 vom platz wägt so meine lieben kommen wir nun zu meinen persönlichen wetten an diesem spieltag habe ich mich dafür entschieden drei wetten abzugeben ich habe zweieinhalb einheiten auf schalke asiatisches handicap plus 0,25 zu einer quote von 2,040 gesetzt das bedeutet geht das spiel unentschieden aus gewinne ich die halbe wette gewinnt schalke gewinne ich die ganze wette dann habe ich zweieinhalb einheiten auf wolfsburg asiatisches handicap plus 0,25 zu einer quote von 1,930 gesetzt was das bedeutet habe ich eben schon erklärt und ich habe zweieinhalb einheiten auf gladbach asiatisches handicap minus 1,25 zu einer quote von 2,070 gewettet das wiederum bedeutet gewinnt gladbach nur mit einem torunterschied bekomme ich den halben einsatz zurück gewinnen die folien mit zwei oder mehr toren unterschied gewinne ich die wette ich soll euch übrigens vom nicolaus sagen dass ihr noch nicht abschalten sollt er möchte sich noch von euch verabschieden so meine gesprache freunde wir sind gerade am ende angekommen die bundesliga prognose ist vorbei die tipps habt ihr auch bekommen jetzt habe ich von der regie gesagt bekomme ich noch mal die glocke geläuten was das auch immer bedeuten soll ihr solltet auch machen ich weiß nicht was das ist einfach hier die glocke läuten nehmt euch irgendeine glocke und läutet die und läutet und läutet ist mir echt auch scheiße ja ich habe hier mein polnisches wasser kann ich auf jeden fall empfehlen und von mir gibt es auf jeden fall nur noch macht es gut bis zum nächsten jahr zur selben zeit am selben ort ich bin der nikolaus ciao ciao ich bin der nikolaus